herzlich willkommen zu einem neuen shop video wie ihr es sehen könnt werden tatsächlich noch mal wartungsarbeiten kommen ich hätte es überhaupt nicht erwartet ich dachte 10.4 und ich glaube das sagten auch die meisten anderen das 10.4 jetzt das letzte große update war das vielleicht noch mal eine waffe oder so kommt oder balance changes whatever aber das jetzt noch mal tatsächlich wartungsarbeiten kommen ist an einer seite auch logisch weil die live event fallen falls ja noch noch gar nicht drauf sind und das sollte natürlich noch mal darauf hin dass definitiv diesen samstag sein wird das live event und das dann wahrscheinlich am sonntag oder so die season startet der da steht ja die endet in vier tagen und in vier tagen wer tatsächlich sonntag wenn man jetzt sagt ab donnerstag zählt werden den heutigen tag nicht mit zählt dann wären es vier tage ich glaube das müsste auch einigermaßen hin kommen ist ja nämlich sonntag direkt nach dem live event im prinzip weil dann wahrscheinlich eine neue karte oder so kommt deshalb haben die das glaube ich auf sonntag verschoben auch noch mal vielen vielen dank für die ganzen reviews gestern ich finde es wirklich so belastend einmal kommt ein video so schnell auf 82 aufrufe das ist mein stärkstes shop video und dann habt ihr einfach nur ein standbild und ich finde es wirklich so schade weil es glaube ich so viel hätte wahrscheinlich einige abonnenten wieder gebracht aus haben wir machen ich habe es gefixt ich werde dazu noch mal ein video machen und jetzt würde ich sagen schauen uns mal den item shop an wir haben einen neuen skin und eine neue musik anzahlen weiß skin diesen charakter hat mir glaube ich noch gar nicht als untergrund skin sieht ganz nett aus dass gehen kann sich definitiv kaufen und es gibt sogar eine weitere weiteren skin hier den kenner schon den klassischen jerome skins immer man sich eigentlich ganz nice aus gibt es glaube ich in genau vier verschiedene varianten gibt es vier verschiedene männchen stilen er sieht auf jeden fall ganz cool aus kann man sich definitiv kaufen haben wir den festival charakter ein baseball charakter sieht ganz nett aus dazu noch der schlagmann und der die durchschlagene erfolgsspitzhacke sieht ganz nett aus eigentlich schön leuchtend und dann auch der homerun gleiter normal game werde mir etwas zu laut wenn dann jedes an den aufklappt immer so einen zaun kommt ist aber trotzdem eigentlich ganz nett dann haben wir die rote ritterin wieder ist auch nichts spezielles mehr sieht ganz nett aus aber 2000 wie bachstums nehmen halt überlegen ob man das ausgehen will dazu die carmesin hacker die gibt es ja auch in der frost version sieht aber trotzdem in rot besser aus als eine frost version dann haben wir die schatten agentin mit zwei verschiedenen auswählbaren stil einmal weiß und einmal schwarz das standard ziel ist ja der ursprüngliche da war ja auch eine ewigkeit dann auch zwischendurch nicht mehr am shop und kann im prinzip erst mit dem neuen stil wieder zurück selbe ist beim backpack sieht definitiv ganz nett aus kann sich auf jeden fall kaufen da war flathaft er ist die musik gefällt mir auf jeden fall und dann kommen zur musik klasse 8 bit auch cool dass das hier im prinzip aussieht wie so eine chip karte und dass das hier dann noch extra verpitzelt ist ist das nicht die gleiche musik wie wenn man wenn man diese live wieder gaben bei irgendeinem großen event wie zum beispiel wm finale er konnte man ja in game das sehen und werden das geladen hat gab es ja im prinzip so ein spiel und ich glaube dass dieselbe musik wie auch davon noch mal etwas leiser dann haben wir den billy bei uns die mode ganz als fortbewegung und gekonnt super super coole mode gefällt mir und als jetzt haben wir noch die tropen spitzhacke tropen schnitt spitzhacke sieht nice aus kann sich definitiv kaufen das war es in dem heutigen schaub video ich werde natürlich riesig über ein abo freund teilt gerne dieses video mit euren freunden und dann bis zum nächsten video ciao